Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen hier in einer Community mit Eigentumswohnungen in Florida. Eine Eigentumswohnung in Florida ist nicht nur ein Stück Freiheit, sondern auch ein gutes Investment. Florida ist für zukünftige Immobilienbesitzer besonders interessant, da hier die Immobilienpreise wieder deutlich steigen und somit Investitionen in Florida Immobilien interessant machen. Die hier gezeigten Eigentumswohnungen kosten ca. 55.000 US-Dollar und sind somit weit unter dem Preis einer Eigentumswohnung in Europa. Diese Eigentumswohnung hat ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein halbes Badezimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Danke für das Anschauen dieses Films mit sonnigen Grüßen aus Florida. Vielen Dank. Vielen Dank.